Hi Leute, sorry, aber, dass kein Ruhm mehr kam, wusste ich auch nicht, dass das gerade los war, aber ich muss es noch machen. Ich mache keine Videos mehr hier auf meinem Kanal, das wird das letzte sein. Warum erzähl ich euch das? Weil ich sonst nie nach draußen gehe, obwohl ich an sie herumtolpern will, keine Ahnung. Mein Ding ist es, wenn ich schon ein Video aufheben muss, muss es auch irgendeine Einschränkung geben in meinen Kopf, guck mal. Ich lösche meistens die Videos, weil irgendein Vollidiot meistens ins Video reinkommt, aber trotzdem, ich nehme es da neu auf, aber trotzdem fällt meistens nichts ein, was ich generell hochladen würde, egal ob Minecraft oder Realtor. Aber, Leute, ich muss euch jetzt was sagen, dieser Kanal wird immer vorhanden bleiben, aber keine Videos mehr, nichts kommt er hoch. Ihr könnt trotzdem gerne ein Abo dalassen, wenn ihr wollt, Like geben, vielleicht dreht ihr dann Video, wenn ihr ein Like bekommt, vielleicht, wer weiß, und einen netten Kommentar. Leute, mal eine schöne Zeit mit euch, und Glückwunsch, und viel Spaß.